Edles Design, verdammt teuer, aber auch schnell genug? Microsoft Surface Studio im Test von Computerbild. 10 Kilo Gewicht, Preis über 4.500 Euro. Im Gegensatz zu anderen All-in-One-PCs ist der Surface Studio ein echtes Monster. Dafür gibt es kein billiges Plastik, kein hässliches Blech. Microsoft hat seinen großen All-in-One-PC in edles Aluminium gepackt. Der Surface Studio verfügt über einen großen Bildschirm mit sehr guter Auflösung und hoher Farbtreue. Das Display steht auf einem stufenlos verstellbaren Fuß. Mit Maus und Tastatur kann es in aufrechter Position stehen. Nutzt man Touchscreen und Stift, kann es in eine liegende Position verstellt werden. Dank Rückstellfedern im Standfuß geht das Kippen erstaunlich leicht. Das Konstrukt bleibt immer im Gleichgewicht. Die Verarbeitung ist hervorragend. Die gesamte Technik steckt im Fuß. Ohne weiteres lässt sich das Gehäuse nicht öffnen. Eine Aufrüstung ist nicht möglich. Im Inneren werkelt zwar starke, aber nicht topaktuelle Technik. Der Prozessor ist ein Core i7, den Intel bereits Ende 2015 auf den Markt gebracht hat. Der Nvidia Grafikchip wurde bereits Ende 2014 vorgestellt. Und als Festspeicher dient lediglich eine 2 TB große Festplatte. Keine SSD. Trotzdem arbeitete der All-in-One im Test richtig flink, besonders bei Videobearbeitung. Auch aktuelle Spiele liefen halbwegs flüssig. Dafür drehen die Lüfter unter Volllast am Anschlag und erzeugen relativ viel Lärm. Außerdem war der Energieverbrauch mit über 90 Watt extrem hoch. Das Microsoft Surface Studio überzeugt im Test mit hervorragender Verarbeitung, einem tollen Display und hohem Arbeitstempo. Aber Prozessor und Grafikchip haben bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Sie passen genauso wenig zu einem derart teuren All-in-One-PC wie die altertümliche Festplatte.